Ja, wir sind gerade jetzt, ich und mein Kumpel sind gerade jetzt ein bisschen beim Kucken hier, zwecks wegen Fähigkeitspunkte und so. Groß und schwer. Durch viele Übungen, Erfassung verursacht mehr schwere Waffen, mehr Schaden, mehr Erwogen, das ist mehr Sportspieler, Wasser ist dein Verbündet, du erleidest beim Spielen keine Strahlungsschaden mehr, du kannst länger unter Wasser atmen. Ähm, auf Torfüllung investieren, du hast eine Raktion mit Medi-Lev-Worchen, Schwadehasselnot verwendet, Waffenrüstung erhält eine Komponente Schraube. Du hast keine Zeit zu verlieren, deine Aktionspolitik generieren sie um 25 schneller. Hm, unsere Begabung, du bist nicht dumm, nur an der anderen hältst du zufällig dreifache EP für erfolgreiche abgeschlossene Aktionen, die gegänzt ist, desto höher die Chance. Hm. Du Zeichen hast dort in das rechte Links, muss das gehen auf jeden Fall. Solane, ich hab die Sonne zwischen 6 bis 6, da hältst du zwei Ausdauern, ne? Naja, ist aber auch nicht so gerade im Erdwut, ne? Ich bin jetzt ganz unten mal, ne? Ja. Oh, gut. Was soll ich, was, was, naja, ich will ja meine Waffen verbessern, ne? Ja, da brauchst du eine Seite, du musst eben mitgehen auf jeden Fall. Wissenschaft, Musik. Was? Nutze Fortschritt für die Technologie, Zugang zu Standard und Rang-High-Tech-Mods, da hab ich's. Ne, das ist mir zeigen, dass du die Eins-Teile kriegst für deine Verbesserung und Waffenfreakness-Skill. Na, Waffen ist ja, äh, Level 6. Waffenfreakness-Level 1 bei dir. Ja, aber hier steht ja, Wissenschaft, nutze Fortschritt für die Technologie mit Zugang zu Standard- und Rang-High-Tech-Mods. Den brauche ich ja. Ja, mach doch, den denkst du ja. Ja, für besserte Kampf-Effizent, kritischer Treufe, sagen 50% mehr zusätzlichen Scharen, oh ja, ey, das... Na ja, ich hab den wahrscheinlich ein bisschen scheiße geskillt. Ach, ist doch egal, ich bin eh am Stress. Naja, ich bin ja schon fast fertig mit meinem Level-Up, also... Läuft denn der jetzt hier, muss ich mal den Dings abgeben? Oh, das denkst du ja auch geschlossen. Die Burg hat anscheinend versucht, dich über Funk zu erreichen. Das war von irgendeiner Art Vorfall. Das solltest du dir besser mal ansehen. Oh, meine Mutter. Kehr zu Burg zurück. Ich hab die Gule erledigt, die der Siedlung so viele Probleme gemacht haben. Das freut mich zu hören, General. Ist schwer genug hier. Da sollten sich die Leute nicht auch noch um Gule Sorgen machen müssen. Ich lass es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Gut, also ich muss jetzt zu Burg. Hier siehst du ja, meine Power-Rüstung schon. So ist sie gerade nicht. Naja, kommt gleich. Wegen die sechs Sekunden. Verzögerung. Ja, auf den All könntest du einbauen. Bei einigen Koppletten. Nee. Wenn du eine Rad hier kannst du die Teile rausnehmen und kannst du an den Rad hier anbasteln. Na ja, ist aber gucke mal hier. Ist ja auch nicht gerade so doll, ne? Äh, wenn du mehr davon hast, wenn du nicht komplett ist, hast du komplett Schutz davor. Sag mal in Rund und Juh. Ich hab zu mir sogar einen Raider zusammengebastelt. Na, so viel hab ich nicht viel. Wie die Raider bist du, ne? Ich hab den Raider zusammengebastelt, aber schon ein bisschen aufgemotzt da. Mein Helm ist rot, was heißt das hier? Hä? Mein Helm ist rot, was heißt das hier? Reparieren, kannst du reparieren. Gehst du raus, gehst auf Herstellung und gehst dann auf T drin. Das musst du aber an deinen gelben Ding machen. Achso, an den da, ja. Wie kann ich den jetzt rausholen? Nicht rausholen, muss man das reparieren erstmal. Das musst du sogar so reparieren. Machst du nochmal rein in den Tor und so? Ich finde es so geil, sowas muss ich geben. Das ist wie viel da da ist. Ja, du bist so krank zu hören. Ein Transfer steht hier höchstens. Das war schwer, musst du dann rausnehmen. Das ganze Teile rausnehmen, die sind aber schwer. Detailrüstung, Helm. Was hast du denn hier eine Vorrüstung? Helm, hier, 120. Ach nein, nicht da, du musst aussteigen an den Ding. Oh, jetzt habe ich den hier reingespringen. Mann! Digga, du musst aus dem Ding raussteigen und musst es über... Warte mal kurz, ich muss jetzt hier diesen Helm wieder suchen. Helm hier. Ähm, wieder anlegen. So, jetzt muss ich transferen, ne? Geht gar nicht. Was denn? Ich kann den Helm nicht... Rausholen oder sowas. Geht gar nicht. Das Ding, doch, da hast du doch. Powerrüstung, da ist der Brasurenskarten, Raider-Tor, so, alles in dem. Wir müssen rüber scrollen. Wow, alles gewesen. Hast du das neuerlanden? Geht ja nicht, Munition und Invertar steht da nur. Ach, hier. Oh. Digga, ich hau dich. So, und da muss ich, woran muss ich? An welche Bank? Na, an der gelben, da. Du musst erst eine leere Powerrüstung da ranstellen, dann baust du die wir zusammen. Äh, ich will die ja bloß reparieren, den Helm. Ach so, dann musst du dran lassen, musst du nicht rausnehmen. Dann stellst du einen gelben Teil da ran und du machst herstellen. Der ist in Powerrüstungsstation, musst du ran hin. Mit den ganzen Condors jetzt, ja. Genau, stellst ihn einfach da ran und gehst dann auf herstellen. Dann drückst du auf P, reparieren. Da brauchst du die meisten Stahl, um dich zu reparieren. Hier steht muss Transfer, herstellen. Transfer, aber hier steht nicht mit P. Ja, du musst aber erst mal auf herstellen gehen, dann musst du auch reparieren gehen. Geht ja nicht, zeigt er mir ja nicht an, herstellen. Bei der Powerrüstungsstation hin, du kannst auch herstellen, richtig? Ja, aber es ist dunkel. Du hast ja gesagt, es ist eine Romantische an der Powerrüstung. Oder? Na, siehst du doch gerade, es steht ja dunkel. Ich kann nicht machen. Ja, du musst aus der Powerrüstung raus. So, jetzt bin ich raus. Ich wusste da vorne abstell, Digga. Ach so, jetzt habe ich's. T reparieren. Oh mein Gott. Ja, das kann man nicht wissen. Da steht, unser T reparieren. So. Jetzt haben wir. Oh mein Gott, du machst das ja nicht einfach. Bis so geht's. So. Wenn sie reparieren, muss ich einfach anziehen, wo es geht. Na, die Klappe blöde Kuchen. So. Das müssen wir. Karte. Komischerweise ist das so drückend ein Zeichen weg. Na ja. So, wir müssen zur Burg. Warte. Jetzt scroll mal ganz nach unten, dünke Ecke. Ah, ist zu spät. So, wird man das, äh... Wo soll ich ihn scrollen? Woll mal runter, linke Ecke. Linke Ecke? Da ist das, da sind so ein runder Rater, oder? Ja. Das Gebiet ist sehr nett. Da sind ziemliche Plasmastürmer, Flituriskreiben und Threads-Kombionen. Riesenskombionen. Okay. Und hinten ist ein Rater, ist ein Stadtsgebiet. Versteht. Das ist ein Torenschlag, das ist eine Stad. Okay. Das ist total geiler. Ja. Hier kreppt man die Leute wieder wo, und du kennst du aus Vollautreihe. Ja, leider kann ich Vollautreihe nicht. Oh, hier ist Dreadling. Oh. Da ist ein Rater. Eine Siedlung hat die Minutemen um Hilfe gebeten. Lassen wir die Leute nicht hängen. Da bist du ja. Endlich. Ich muss mit dir reden. Du hörst sie an wie eine Frau. Wer bist du? Ich bin Ronny Schopp. Commonwealth Minutemen. Zumindest war ich das. Bevor Joe Becker getötet wurde und die Idioten den Laden übernommen haben. Joe Becker. Joe Becker? Wer ist das? Das ist einfach nur traurig. General Becker hat früher die Minutemen angeführt. Er war der letzte echte Anführer, den wir hatten. Nachdem er gestorben ist, war keiner da, der den Mut und Mut hat. Und den Grips hatte, alles zusammenzuhalten. Was willst du von mir? Was willst du denn nun wirklich? Hab gehört, dass du den Minutemen wieder auf die Beine helfen willst. Dachte mir, ich schau mir den neuen General mal persönlich an. Also, wieso machst du das alles? Und wieso glaubst du, dass die Leute die Minutemen überhaupt zurückhaben wollen? Wir helfen und du? Keine Rechtschaffung, so ne. Das Commonwealth braucht die Minutemen. Und die Leute merken das langsam. Ich hab ein paar gute Dinge gehört. Sonst wäre ich nicht hier. Und jetzt, wo ich hier bin, sehe ich, dass du meine Hilfe dringend nötig hast. Wieder beitreten? Wieder beitreten? Was nehm ich denn da? So recht, komm auch ohne dich so recht. Wieder beitreten. Willst du wieder beitreten? Ja, schätze schon. Aber alles der Reihe nach. Ich bin vermutlich die Letzte, die sich noch daran erinnert. Die Waffenkammer der Burg befand sich in der westlichen Bastion. Dort war unsere beste Ausrüstung gelagert. Waffen, Munition, Baupläne und noch einiges mehr. Komm, ich zeig's dir. Dann zeig mir mal. Oh, da wollte ich schon letztes Mal rein. Oh, alles leer, ey. Ich hab keine Munition, ey. Komm mal auf, den Saftladen hier. Hey. Die Bastion ist nicht eingestürzt. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg reinfinden. Weißt du, wie man die Tür öffnet? Nein. Und selbst wenn wir sie aufsprengen könnten, würden wir dabei vermutlich den Inhalt der Waffenkammer vernichten. Wenn der direkte Weg versperrt ist, wählt man eben den indirekten. Schauen wir uns mal die nördliche Bastion an. Ja. Ich hab auch den Döner-Messer schon gefunden. Ja, den Döner-Messer hab ich auch. Eine legendäre Waffe? Mhm. Ich hab mir den Fiz-Tor-Lachen gesehen gewesen. Ja, ja. Ja. Das war das Quartier des Generals. Früher führte ein Tunnel von hier in die Waffenkammer. Bleib einfach ruhig und folge mir. Hallo. Hm. Der Tunnel ist durch Schutt blockiert. Wir müssen einen Weg finden, ihn beiseite zu schaffen. Ach, Mann, ey. Werkstatt. Was muss ich denn machen? Was brauch ich denn? Da bist du ja gerade nicht zugehört, sorry. Ich guck gerade in Big Boom Bang. Die Frau hat mir ja nicht gesagt, was wir brauchen. Ja, um den Schutt abzubauen, wahrscheinlich, oder? Ja, um was von den Schutt abzubauen. War auch nicht gerade eine Spitzhackung unserer gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Eingang war. Wie halten wir euch auf dem Laufen? Oh, komm mal. Oh, jetzt los. Jetzt Herstellung. Äh, Powerhebkom-Station, Labor-Station. Power-Rüstungs-Station. Oh, nee. Oh, nee. Was kann das sein? Ich weiß nicht, was die will von mir, ist es ja. Wo? Ich weiß nicht, was die hier haben will. Ich glaube, wir müssen sie abbauen, oder? Der hat mir ja nicht erzählt, was der haben will, ist es ja. Na, jeder mal raus und dann ist er nachher geworden, sollst. Kannst du nachlesen, was du brauchst. Der Missionsinhalt. Handel, Daten, ne? Mhm, ob er aber Daten oder Aufgaben. Ich sprich mir den sieht, aber in Ordnung, alte Waffen. Ich verschaffe den Zugang zur Waffenkammer. Oh, nein, Laufen, Waffenkammer. Und Liebling, was du? Dauer geht's noch nicht, oder? Und wer steht denn nicht da? Hm. Ach, schön, das ist ein Modus. Wahrscheinlich musst du eine Bergbank, um was zu nehmen, was noch abbauen ist. Wow, was? Was? Der kann sich da abbauen. Ach so. Hast du da jetzt einen Modus drinne? Der kann sich da so abbauen. Lass doch, brech auf, Leute. Ich dachte, wenn du mal nicht. Oh, Mann, ey. Wies bloß nicht, was? Dann sollst du doch mit dem Modus doch alles abbauen, oder? Wie soll denn? Mit welchem Modus? Hier war drinne, hast du, zum Bauen. Wie baue ich denn was ab? Geh einfach mal den Modus hin, der kann sich dann einfach abbauen. Ach so, du meinst, ja, ich glaube, wie viel so du meinst. Genau. Warte hier, ne, warte hier. Hä? Wie geht's? Pendi ist so viel, Alter. Warte, du, du... Schutt, da haben wir es doch. Verwerten. Beton. Haben wir. So, Speichern. Meine Fresse. Das hätten wir aber auch früher einfallen können. Wo wirst du noch verböden? Heidi, ich habe... Glaubst du, dass da genug Munition unten ist, dass er mit der ganze Welt überleben kann? Ah, Mäuschen. Wenn du mich nicht hältst, Alter. Du wirst dann nach drei Stunden abstehen. Oh, eine schöne Strecke. Du weißt, irgendwas bauen wahrscheinlich. Ist doch gut, was soll ich denn? Mach mal gleich mal die Mine mit hin um hier. Pass besser auf, wo du hin... Oh, ne, Morlocks. Oh, noch eine Mine. Oh, noch eine Mine. Alter, war ordentlich. Besser Waffen gerade, war alles so drauf. Ordentlich hier sicher, der Bunker hier. Das sieht ja ganz komisch aus, hier, diese Wand hier. Das ist ja schon wieder so ein ganz dummes Gefühl. Ja, ich auch, für eine Wachkomboterei, war. Kanonenkugel, oh, boah, krass. Ich weiß noch nicht, was ich hier brauchen kann, aber so, hier, nehmen wir die noch mal. Soll ich dich mal zum, äh, zum Lachen bringen? Was? So was? Soll ich dich mal zum Lachen bringen? Warum? In dem Gebiet, wo ich gerade rumgabe, habe ich einen Atom- äh, Atom-Bunker gefunden. Naja, Atom-Bank, so ein Silo gefunden, Atom-Silo gefunden. Okay. Und da sind überall intakte Atom-Bunker. Ah, fuck. Oh, krass. Ich will ja mal nicht reingehen. Das wäre erledigt. Oh, Mann. Die Biene entschärfen hier. Ich weiß aber auch, dass du ein Hund ausrüsten kannst. Kann ich? Ja. Wir haben so eine gepasserten Hund, süß oder so, was kannst du die komplett mit den Passenhund gepasserten ausrüsten? Ey, die haben hier total Lesermoskitos geglopptet, ey. Na? Total Lesermoskitos hier, du, ne? Aber die sind doch so ein scheißes Binge. Ich wusste gar nicht. Ey, wo die Fusionszelle, wo die kamen. Ja, wo die kamen. Neh, wie kann das sein? Nehme ich den Fusionskern mit? Schnapp's dir. Hol das. Ach, hier bin ich doch nicht. Ich nehme den Fusionskern mit. Kann man ja immer hier brauchen. Ja, blöder Hund. Musst ja auch genau darin rennen, ne? Scheiße. Sorgen? Nein, aber ich werde jetzt gleich ganz doll Ärger bekommen. Pulsmine. Hast du so, hast du nicht gewöhnt? Ich werde mal ganz kurz speichern. Du, willst du mal gucken? Dann wird es gleich ganz doll Ärger geben. Ach, du grüne Neune. Er ist kaputt. Auf! Hast du klar noch eine Waffe? Ah, warte mal. Ah, wo ist denn da? Geh mal, nie. ja ich habe ich habe ich habe mein lieblings ich habe es nicht mehr als die Kampfer äh? da haben wir es nicht aha ein Schuss ist ja echt günstig gewesen ne? wieso? ah ne mein ich du hast einen Schuss auf den Kopf gehabt ha 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 ist hier ein wenigstens tot alter meile und nun wieder Müll ich mach hier hast du wieder genug aus hier im Weißte an Munition aber nur Müll durchgedreht er hat die Burg gesagt schon immer soweit ich weiß jetzt ist er tot also zerstören ja mach mal die Demo auf los hier gut dass ich die Granaten äh die Minen mit der Ruhe noch mal mal im Land nein das war's nicht für das Commonwealth verdammt ist so lange her vereint stehen wir ja das war's wir gehen mal auf Klo ganz kurz wir gehen mal auf Klo ganz kurz jo willkommen willkommen rutsame Zeichen sehe schon naja er hatte doch als ich damals beigetreten bin und fest gesessen habe und die Burg angegriffen hat festliche Version na halle juja da sah ich doch nicht nein nein der Fettmann haben wir ja auf Kornhagen Adelie blau blau na also hier ist da ich nicht nein über die Kamera habe ich schon die Pünne du hast Baupläne für die Artillerie gefunden oder? Artillerie? große dicke Kanonen Kilometer weit entfernte Gegner wegpusten ja klingelt's da ja abgeschlossen verschaffe ich dir den Zugang zur Waffenkammer her? pja haben wir ach jetzt kommt der super Mutantenfief du willst mich auch jetzt nicht irgendwie hier rollen oder? ö dann nehme ich doch gleich die dicke Fatman mit ich weiß nicht bis die Zimulation schon ist bei Domi hast du schon gemacht oder? ne doch ja mit den Riesen Mutanten da ja also wo du die Vogue einnehmen musstest das ist auch hier ist ja noch mehr stufe lasermoskete fünf stufig lasermoskete fünf stufige lasermoskete fünf stufige lasermoskete oh die Dinger kann ich nicht anfangen hm ich spreche mal ich spreche mal gibt's denn jetzt hier noch kann ich den Schott auch hier weg machen? nö wohnterweise nicht nö klick das auf hi scheint als hättest du alles was wir brauchen sobald du die Artillerie gebaut hast machen wir ein paar Probeschüsse um sie zu kalibrieren äh äh wie baue ich eine Artillerie? ähm Artillerie? ähm wo soll ich die bauen? ja vordrücken wenn einfach bauen hab ich irgendwo hin wo oben oder links ja schütztürmer geht's los schütztürmer geht's los schütztürmer geht's los schütztürmer geht's los raketen oh ja warum dieser geschütztürmer ist mir schon der Smilzer gehört ich weiß jetzt nicht wie was die meint mit der wir halten euch auf den hier war irgendwo meine Kanonik wie ist das hier eh nicht mal wahr was die da liegen ja wie mach ich die jetzt wieder gerns Zahnräder? hm hab die jetzt gerade weg gewusst ok ähm die Frage ist jetzt äh wo soll ich die bauen? ähm äh 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 überhaupt äh äh die steht ja nicht mit Artillerie äh hast du einen Plan, Digga? hä? hast du einen Plan? wie ich eine Artie bauen soll? äh ja so ist es noch da um bisschen außergeschützt was ist denn das hier? ja Energie die also gut ja er zeigt mir ja hier an wieder diese Scheiß-Gegen an. Die PIN. Oder war er weg? Da ist er wieder. Ich will mal ganz kurz eine Runde über das Snipe zocken, dann komme ich gleich wieder. Ja. So. 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 Das ist auch nüchst. Das ist auch nüchst. Aha. Okay. Okay. Ich sollte mal erstmal wissen. Alter. Boah. Ja, wow. Hey, General. Kann was machen. Ach hier, Spezialfunk wollte ich nicht da. LOL Ich verstehe. Dann habe ich dich nicht in die Zeit. Es ist 7 Uhr. Alles ruhig und willkommen. Lasst euch auch mal rausgehen. Woran fahrtest du? Bau die Artillerie auf! Aido! Hm, ein Fibus-Material. Das ist das Einzige. Wie weit ich gehen kann. Ah, da siehst du. Hier ist Stahl. Ah, wo kriege ich jetzt Stahl her? No. Was soll das? Nice Nice Was ist denn los? Ich weiß ja nicht, wie viel Arthritis die es braucht. Es ist aber immer noch Öl und Stahl. Öl und Stahl fehlt. Jetzt kann er noch Öl und Stahl haben. Ich weiß ja nicht, wie viel Arthritis ist. 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 Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, solltest du es dir mal ansehen. Aber wird alles von Robotern betrieben. Ich brühe Öl. Hier komme ich an Öl rein. Hier habe ich Öl. Das sind 77 Stück. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Sie hat sich nicht auf den Burg, wobei sie jemand zu Beginn zu... Ah! Bin ich auch doof? Da habe ich wahrscheinlich jetzt... Das ist ein Problem. Oh, dear. Hey. Hey. Geht nicht. uh, Funkgerät. wenn ich nicht einfach holen ich da du solltest vielleicht etwas zurück ok wofür alle fällen na los warte oh ja wird mir mehr vorgestellt ich will ein paar sachen mit ihr tauschen das hat mir gefallen schön dass sie hier fein hat ich würde sie hier bohren können wir wollen ja sicher sein ja wegen essen wiss ich nicht sowas hier hinkriegen haben wir ja nicht haben wir ja auch nicht haben wir auch nicht so dann haben wir das So wie wir es rücken. Passt auf euch auf, Leute. Meine Fris, das ist ein Klos. Wir können jetzt mal die Power-Rüstung hier stehen lassen. Aber warte mal, wer doch ohne Jutti, die hier irgendwo bauen muss. Das ist also eine ganz dumme Idee. Kann ich hier so in der Bohnen? Mal gucken. Klar, schön. Wenn ich mal oben rennen würde. Das ist ein Klos. Warum nicht? Es ist 15 Uhr. Es liegen keine Meldungen vor. Passt da draußen auf euch auf, Leute. Was aber was zu tun hat. So. Wo sind 15 Leute hier? Wow. Wut doch langsam was. So. Alles ruhig im Commonwealth. Passt auf euch auf, Wilthausen. Hier ist ein Atomsturm. Nukleärer. Klang aber nicht mehr auf so nukleärer Atomsturm. Wann bin ich jetzt in der Wohnung? Muss ich mir ja nicht antun. Oh, ein bisschen wie auch richtig. Kann man sehen, was der nukleärer Atom schon so ist. Was macht da? Ich krieg hier nicht mehr, wenn du hier in der Ecke lebst. Die ganzen Atomgase der Orte sind da. 16 Uhr. Ihr hört das Management Radio. Im Moment legen keine Meldungen vor. Wir halten euch unterlaufen. Schlimm. Boah. Ich finde das krass. Abonnsturm. Ja, ich bin richtig. Abonnsturm. Wir haben noch ein paar Leute aus. Ja, ich bin nicht auch ein paar Versteigungen. Ich bin wirklich mal. Wir Anspray. Ja, ich bin wirklich andere Leute. Denken wir da. Aufhören, wenn man nicht mehr geht. Alter, krass. Also muss man sich echt mal ein echten Leben vorstellen, das kann man sich gar nicht, das ist auch radioaktiv. Jetzt lockert es wieder auf. Gut. Geht ihr nicht? Gut, ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn dann wie gesagt könnt ihr mich gerne abonnieren, liken, würde mich freuen oder schreibt einen Kommentar runter. Bis bald, euer Blu-Royal. Bis bald. Bis bald. Bis bald.